So, jetzt ist natürlich die Frage, wie gehe ich mit ihr am besten vor? Also wir wissen... Hm. Vorwärts. Hm, hm, hm. Wie ist der Plan? Kann ich mit ihm da rüber? Alles klar. Ohne, dass das jemand sieht. Das ist schon mal die erste Frage. Ach, weil der Poncho da ist. Ach, du Elendige. Okay, dann probieren wir es halt mit ihm. Männer sind alle gleich. Lass mich nicht warten. In Ordnung. Noch einer. Verdammt, der Kugel in die Hand hat. Er fällt. Hat sie geledet. Ist nichts dabei. Einer weg. Oh, jetzt kommt er und wird gleich sagen... Oh, oh. Oh, jetzt geht der da hinten lang, ja. Ja, wer ist der schon, gell? Ich auch nicht. In Ordnung. Versteckst du dich vor mir? Hm, ist vielleicht spazieren gegangen. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch einfach schon tot. Ohne, dass du es mitbekommen hast. Hm. Ich kann es versuchen, aber ich weiß nicht. Es wird knapp. Vorwärts. Wachen in hohen Gefilden. Ich wünschte, Doc wäre hier. Eine Schande, dass er uns hängen gelassen hat. Ja, vielleicht taucht er ja noch auf. Nicht daran enttäuscht zu werden. Du kommst besser mit. Machen wir weiter. Hä, hä, hä. Geh ich schon mal vor. Ah, das wird verdammt knapp. Ah. Tut mir leid, süßig. Das nimmt ja kein Ende. Na gut. Bei der Berufswahl. Ja. Ja. Hör rein da. So. Wieder einer weg. Mit ihm kann ich flirten. Vorwärts. Wird auch Zeit. Machen wir so. Ganz genau, Amigo. Ach so. Ja. Mitten im Nirgendwo. Anders geht's nicht. Hector ist da. Was für ein Kaff. Jetzt muss ich natürlich das so machen. In Ordnung. Dass wenn der da ist, ich beide zum Flirten benutze. Damit sie, bis auf den da unentdeckt ist, aber der geht ja weg. Deswegen lasse ich sie flirten. Das kostet dann jetzt gerade Zeit. So. Achtung. Meine Spezialität. Hast du genug Hirn zum Reden? So sieht's aus. Ich mach's dir einfach. Ich hör zu. Ich hör. Geh klar. Und noch was. Hm. Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Tja. Kleiner Afghani-Räuhe. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich bin ganz ohr süße. Hey. Nein. Warum hat der das jetzt mitbekommen? Ich hör zu. Ich hör. Alter. Hau ab jetzt da. Ich mach's dir einfach. Ja. Ich hör. Ach, der dreht sich nochmal. Der Sack. Schon unterwegs. Du kommst mir nicht davon. Häh. Du weißt, was du sagst, schöne Frau. Das krieg ich hin. Ich weiß genau, was du denkst. So, was weg ist, ist weg. Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Ich mach's dir einfach. Kein Problem, nix. Ich überlege. Er dreht sich nochmal um. Das weiß ich jetzt. Ich weiß genau, was du denkst. Klar. Was immer du willst. So, jetzt fass mal auf. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich bin den ganzen Tag hier süß. Ich habe Lust auf Kater. Los, amigo. Mitten im Nirgendwo. Noch einer. Machen wir weiter. Ich weiß genau, was du denkst. Ja, ich habe Lust auf Karlschlag. Kein Problem. Mitten im Nirgendwo. Noch ein vorwärts. Bis zum Ende. Es ist ein Vorwärts. Verdammter. Krampel in ihr Handler. Bin ich, amigo. Jetzt. Besser als einer. Was für ein Kampf. Umdrehen. Auf ein Neues. Oh. Fett. Aber er geht nicht. Arsch. Er geht nicht weit genug hinter. Hm. Ich muss ihn. Irgendwie wegkriegen. Moment. Wenn ich mit ihm flirte. In Ordnung. Dachte ich mir schon. Hey, du. Uh. Du bist wunderschön. Mal auf. Ich kann da anscheinend tatsächlich. Ich mach's dir einfach. Durchgehen, gell? Ich bin den ganzen Tag hier. Und an sich schaut er da gar nicht hin. Das heißt, ich kann das jetzt mal probieren. Das heißt, ich kann das jetzt mal probieren. So leicht kommst du mir nicht nach vorne. Haha. Was immer du sagst, schöne Frau. Aber ich... Was zum... Jetzt hab ich... Okay, das hab ich nicht bedacht. Aber es geht's nicht. Dachte ich mir schon. Hey. Ja. Dich mal. Sehr gut. Das ist wunderschön. Bei der Berufswahl. Okay. Danke. Wundert mich nicht. Ihr habt ja auch alle nichts zu tun. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Nicht ein Glückstag. Ich bin ganz uns. Es ist nichts dabei. Mal losgehen. Und noch was. Ich würd einfach nur nach... Was immer du sagst, schöne Frau. So leicht kommst du mir nicht davon. Ich könnt mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. So. Ich hab wichtigeres zu tun. Hey. Hey, du. Wegdrehen. Wie kann ich helfen? Es fängt erst an. Denn so krieg ich ihn... Er fällt mir. dran. Jetzt steht er mit dem Rücken zu mir. Und noch was. Und genau das wollte ich erreichen. Damit er von hinten kommt, um ihn zu achsen. Na ja. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Komm zu Hector. Könnte ich den ganzen Tag machen. Ach so. Quatsch. Ich schmeiß einfach in die Tür rein. Erzat. Los, amigo. So. Erzat, bist du irgendwie dumm? Mir fehlt Colorado. Na also. Das hat doch eigentlich ganz gut geklappt. So. Jetzt wirst du aber noch von der da gesehen. Das heißt... Scheißegal, weil... Ist schon weg. Puh, die ist ja mies. Jetzt muss ich mal überlegen. Wie ich die beiden hier... Beiseite bekomme. Käse in deinem Dreck. Weiter ein, bis ich Stopp sage. Sie kann sich ja nahezu frei bewegen. Vorwärts. Das ist ja grundsätzlich ein Vorteil. Machen wir weiter. So. Ich kann mit beiden flirten. Aber ich kann sie nicht killen. Oder irgendwas. Wegen ihr. Weil eine Schützin das natürlich mitbekommt. Und das ist hart gemein. Was könnte ich noch machen? Es gibt die Überlegung. Das muss ich testen. Ob das wirklich geht. Ob ich wirklich richtig stehe. Sehe ich, wenn das Licht angeht. Okay, pass mal auf. Der muss jetzt mal weggschauen. Damit er hier... So leicht kommst du mir nicht davon. Ja, ich höre. Das reicht erst mal. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Er hat hier Fußstrudel. In Ordnung. Das ist nicht mein Problem. Ach, den holen wir uns ein. Ach so. Geht der hin, oder? Boah, der bleibt halt stehen. Weil dieser blöde Pornshow ihn geistig beeinflusst. Also, was tun? Da sagt sie, lass dich nicht verarschen. Er wird Ramona the dirty, oder Ramona die dreckige Hure. Der Longcote durchschaut mich auch. Ich weiß gerade überhaupt nicht weiter. Fall gar nicht. Ist es sinnvoll, jetzt die Seiten zu wechseln. Aber es ist doch schwachsinnig. Ich kann doch jetzt nicht anfangen, da drüben zu töten. Da werde ich ja nicht mehr fertig. Hm. Geht mit dem so. Boah, der wird gleich, äh, Double Penetration, oder Triple Penetration sogar. Mit dir so. Aber wie geht's denn da hin? Mhm. Abschießen bringt alles nichts. Also wirklich niente. Scheiße, Leute. Ich weiß nicht weiter. Egal, wie ich's angehen möchte. Ja, der schaut da voll her. Ich probiere das jetzt einfach mal. Geh jetzt einfach mal da so lang. Schauen wir mal. Er könnte gefährlich werden. Wir haben es fast geschafft. Wir ziehen das durch. Und dann holen wir Kuba und Isabelle. Ich verstehe. Alles klar, genau. Der Longcote checkt das sofort. Dann gehe ich von der Seite mal. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Lässt sich nicht ändern. Hm. Wir haben es fast geschafft. Wir ziehen das durch. Und dann holen wir Kuba und Isabelle. Ich verstehe es nicht. Wie kannst du Kuba immer noch trauen? Weißt du, ich hab auch ein paar wirklich schlimme Dinge getan. Und er vertraut mir auch noch. Was meinst du damit? Gib ihm einfach eine Chance. Du's für mich, okay? Wie auch immer. Zuerst müssen wir aber den Zug stoppen. Da ist der Wagen. Bist du sicher, dass du den schieben kannst? Die wiegt doch bestimmt ne ganze Tonne. Natürlich. Da lass es tun. Machen wir weiter. Schauen wir mal. Ich probiere jetzt nur mal rum. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie... Das kann ich nicht. Warum nicht? In Ordnung. Aus dem Weg. Achso, ja natürlich. Aber er hat das Problem... Ich kann sie nicht töten ohne Schuss. Ja. Vorwärts. Ich hab noch Fläschchen. Los. Aus dem Weg. Noch einer. Ne, keine Chance. Das checken die. Ich könnte es auch anders lösen. Weiß ich schon. Mit dem umhauen, wegbringen, dann den. Problem ist, es bringt mir nichts. Weil die zwei sind ja mit die unwichtigsten überhaupt gerade. Ich möchte keinen Alarm auslösen. Das ist mein großes Problem. Löse ich Alarm aus, hab ich wieder übelst Trouble. In Ordnung. Schaff ich nicht. Fuck, Mann. Wie zum charismatischen Bieselkorps soll ich denn hier vorgehen, bitte? Die zwei sind ein großes Problem. Wegen ihr. Also, die muss weg. Lässt sich nicht ändern. Aus dem Weg. Vorwärts. Ach so, da kann man einfach drüber laufen. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Wo ist er denn da? Schöne Knarre. Mitten im Nirgendwo. Anders geht's nicht. Hä? Hä? Ich mach das. Ah, das hört der, gell? Ich treff immer. Ja, wobei. Wie ist der Plan? Holen wir uns ein. Nein. Ich muss wohl laut werden. Ich bin am Zug. Nein, das hat er jetzt natürlich mitbekommen. In Ordnung. Ich schau mal, ob ich ihn wegbekomme. Das geht halt nicht. Ich kann... ...die ihn nicht töten. Oh mein Gott. Mal überlegen. Mit einem Fläschchen, das bringt gar nichts. Weglocken geht auch nicht, weil Poncho... ...flirten geht, aber was habe ich davon? Sterben sie auch nicht schnell genug wahrscheinlich, hä? Hm. Hm. Ja. Ja. Er hat ja mal so semi funktioniert, gell? Boah, es ist scheiße, Mann. Ja. Ja. Dat ist mir nicht. Ja. Gebra Union. Was ein Scheiß. Ich schau jetzt mal, ob ich den da oben erledigen kann. Wenn der weg ist, könnten die beiden eventuell ausschaltbar werden. Stehst du? Was ist das? Machen wir weiter. Alles klar. Damit hat sich ja diese Option schon selbst erklärt, weil der wird ja auch wieder dauerhaft beobachtet von so einem Spaß. Oh Leute, ich werde irre. Ich weiß nicht weiter. Wie kann das gehen? Ich bin bereit. Keine Chance. Egal was ich mache. Ich probiere jetzt einfach mal. Ich schieße sie jetzt einfach mal ab. Schauen wir mal, was passiert. Dann wird zwar diese Scheiß-Patrouille da rauskommen. Irgendwo da oben. Kommt, ja. Drei. Die bewegt sich nicht mal weg, weißt du? Ich weiß, dass wir hier sind. Weiter suchen. Können Sie sich in die Nähe verstecken. Sucht sie überall. Sie müssen hier nirgends groß sein. Ich weiß es. Weiter suchen. Wir müssen sie finden. Können nicht weit getraut sein. Weiter suchen. Können sie nicht finden. Sehen wir uns erstmal zurück. Wie gemein. Also, sie kommt schon mal nicht angelaufen. Was sehr, sehr blöd ist. Kann ich mich nicht erinnern. Hector ist da. Er fällt mir. Alles klar. Ich muss wohl laut werden. Alles klar. Das war dumm. Hector ist da. Ich bin am Zug. Lustig, weil jetzt ist sie nämlich runtergekommen, weißt du? Was für ein Scheiß. Bescheuert einfach. Schöneck. Wir sind Fußspuren. Ah, die Fußspuren. Verstehe. Wollen wir Verstecken spielen? Du mir gefällt. Mach dich jetzt raus. Versteckt. Weitere. Wir haben sie die Schuhe. Überall. Weiter suchen. Wir müssen sie finden. Wir müssen sie finden. Wir müssen hier irgendwo sein. Samtel, Feiglein. Auf geht's. Ich weiß, dass sie hier sind. Weiter suchen. Wir würden so sein. Ich weiß, dass es keine Überraschung ist. Hm. Hm. Ach, das war der von da oben. Verstehe. So nicht. So, es geht da auf jeden Fall jemandem Patrouille. Der ist wach. Das ist schlecht. Schauen wir gleich mal, ob ich die nicht ausschalten kann, ohne dass mir jemand auf den Sack geht. Ich mach mal einen Safe-Start. Lauretschern. Ich mach mal einenới Jesse. Danke.